Das MyTime 6920 IP-Telefon bietet eine Bluetooth-Verbindung zu einem mobilen Gerät namens Mobiling. Mit Mobiling können Sie die Kontaktliste und den Anrufverlauf Ihres Mobiltelefons mit Ihrem 6920 Telefon synchronisieren. Beantworten Sie einen Mobiltelefonanruf mit Ihrem 6920 Telefon und übertragen Sie den Ton des Mobiltelefons auf Ihr 6920 Telefon. Wählen Sie die Taste Einstellung. Suchen Sie mit dem Navigationsrad nach Bluetooth. Drücken Sie auf Wählen. Wenn es nicht aktiviert ist, drücken Sie den Softkey Einschalten, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren. Nicht gekoppelte Geräte, die sich im Erkennungsmodus befinden, werden auf dem Telefon angezeigt. Der Erkennungsmodus ist ein Zustand von Bluetooth-Geräten, in dem Sie für Verbindungen offen sind. Wählen Sie mit der Navigationstaste ein Gerät aus der Liste aus. Wählen Sie koppeln von Ihrem mobilen Gerät aus. Wählen Sie auf Ihrem 6920 Telefon Pairing. Wählen Sie ja auf Ihrem 6920 Telefon. Das Pairing beginnt. Wenn die Kopplung erfolgreich war, wird das Gerät automatisch verbunden. Wählen Sie OK. Wählen Sie zweimal schließen, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren. MobileLink erfordert eine programmierte Taste, um die Funktion nutzen zu können. Wie Sie Ihre Tasten programmieren, erfahren Sie in unseren zusätzlichen Videos. Sie können nun eingehende Handyanrufe auf Ihrem 6920 Telefon entgegennehmen.